unglaublich 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 ich wollte verkünden dass ich eine dreiwöchige auszeit nehme weil social media mir sehr viel abverlangt und weil ich jetzt im urlaub bin und nicht regelmäßig content machen möchte aber ausgerechnet in dieser letzten woche sind alle grenzen gesprengt worden auf instagram hatte mein kleiner film über den bus crash vor meiner haustür 100.000 aufrufe und 40 neue leute als abonnenten hallo schön dass ihr da seid als ob mir das ganze noch mal sagen soll hey mach doch weiter machst du gut mache ich auch aber erst in drei wochen aber ich will vor allem jetzt endlich mal wieder an songs arbeiten ich habe eine neue idee im hinterkopf und ich habe euch da in die richtung lange hingehalten und das geht eigentlich gar nicht weil das ist ja mein haupt ding insofern danke dass ihr da seid dass ihr kommentiert dass ihr schreibt dass ihr zu den konzerten kommt und ich wünsche euch einen guten sommer nicht zu vergessen es gibt zwei konzerte in nächster zeit am 28 juli sommerwerft festival frankfurt am main im beduinen zählt 17 30 ich glaube das wird sehr lauschig ich glaube es wird sehr schön das zweite ist bei dem adria akustik festival in deutschen kulturpark deutschen ich glaube aber erst im september ich würde gern mit euch noch mal durch meine highlight reels gucken die entstanden sind seitdem da wären das meistgesehene tik tok video jetzt kommt youtube nummer eins heute morgen habe ich am hauptbahnhof eine blockadeaktion der letzten generation gesehen sie hatten alle schicke anzüge an und die masken von politikern über dem gesicht die reaktion der menschen war gemischt einige haben sich darüber lustig gemacht ob die anzüge auch bio wären andere haben so wie ich ihre solidarität erklärt die polizei löst den kleber mit einer mischung aus aceton und speiseöl sie war sehr besonnen und hier kommt die nummer eins auf facebook reels dieses lied macht mich so aggressiv und ich frage mich woran das liegt du bist weg und ich fühle mich das meistgesehene instagram video es ist das bus video nanu wer guckt denn da um die ecke ein bus oh gott die stehen hier alle falsch und der weiße völlig verkeilt mensch in der kurve ist halteverbot na wie soll man da wieder rauskommen und dann mein fremdschirm hit nummer eins ich werde von meinen kindern gemobbt du schaffst nie ein virales video du hast social media nicht verstanden es heißt nicht mehr social media helft mir gegen diese frechen halbwüchsigen zu bestehen und macht das plus weg danke euer moritz von eschersheim ich wollte mich auf jeden fall bei allen schmetterraupen und bei allen die es noch werden wollen bedanken diese zeit auf social media hat einen riesen spaß mit euch gemacht und ich hoffe ihr bleibt dabei und kommentiert so fleißig und ich hoffe ihr kommt einigermaßen über die dreiwöchige pause ich hoffe ich komme auch drüber ich hoffe ich hoffe o nicht nicht